Wir fahren jetzt mal rein nach Salzbiedel und werden noch ein bisschen das Gewerbegebiet noch mitnehmen. Hartzestadt, Salzbiedel, in einem Kilometer links abbiegen, Altemar-Kreis. Klar, das dürfte wieder auszugreifen. Ah, geht so ein Pärser. Der ist ein ... ... von 40 Minuten, dass sie noch mal ... ... von Iraner ... ... aber die haben kaum Erdöl und sowas ... ... und dort wird es nicht rechnen. ... den Kirstallweg. Dann werden wir gerade rausgehen. ... dass es absteht. Echt mit Lärmler. Das könnte ich dort. Jetzt liegen es abbiegen. Hier ist jawohl ... ... dass es auf der Piste ... ... das ist Wobby ... ... in 600 Meter ... ... abbiegen. ... in 300 Metern am Ende der Strasse ... ... links abbiegen ... ... auf D71. Das Gewärme ... ... jetzt links abbiegen. Warum muss ich denn links abbiegen? Kann ich hier auch ein bisschen rechts ... ... aber rechts abbiegen. Kann man gut gehen um zu Hause. Mal gucken, ob er es auch so umgedreht. Ja, das ist gut. In alle Kilometer rechts abbiegen. ... aber nicht allzu viele Bahnübergänge ... ... aber nicht das hier. Man kann scheitern lassen lassen. Aber wir gucken uns das hier an ... ... Salzbädel. ... und ein halbes Gebäude. ... und dann wird wieder ein ... ... breit. ... und dann rechts abbiegen ... ... die große Magenbergstraße ... ... in Richtung ... ... und dann rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Gucken wir mal ... ... hier Schwäbegärten ... ... weil das ist schon ein bisschen ... ... im Osten gerade. Jetzt links der Strasse ... ... und dann links hier ... ... ist der erste Terminerspublik ... ... im Ort ... ... der Flügel oben ... ... und zweihabend wahrscheinlich ... ... aber das kommt ja noch mal ... ... hier ... ... und dann vielleicht auch ... ... ein bisschen kleiner ... ... in 300 Metern ... ... den Kreis ... ... an der dritten Ausfahrt ... ... verlassen ... ... in die Karl-Marx-Straße. Karl-Marx-Straße ... ... hat das doch im Osten ... ... also im Osten ... ... Sozialismus ... ... eigentlich ... ... bei der Karl-Marx-Straße ... ... bei uns heißt es irgendwie so ... ... Ost-Straße ... ... denn ... ... jetzt ... ... den Preisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. ... also ... ... ist ja auch ... ... mit Mester ... ... irgendwie ... ... die Körlinge baut sich Mester ... ... aber ... ... aber ... ... und ... ... und ... ... ... ... in einem Kilometer ... ... rechts abbiegen ... ... ... ... ... ... So, die Karl-Marx-Straße. Das ist erstmal die Stadt. Jetzt alles links. Schön, hier ist der VW. Das ist hier Bankenplatz. Jetzt rechts abbiegen. Gucken wir, was der Deutsche ist. Da. Autos. Und Poleräder sind nicht erlaubt. Rechts abbiegen. Fahren wir rechts rum. Und. Wer weiß denn, was von dem Typ ist? 300 Metern rechts abbiegen. Auch schnell verschwickeln. Ah, hier. Ja, hier. Wir fahren. Abbiegen. Da ist ein Auto mit so einem Kreisform. Dann kann man nicht so hinnehmen. Jetzt ist das Auto. Okay. Okay. Nichts. Direkt. Lieferverkehr frei. Ja, gut. Ja. Dann machen wir mal. Gleichzeitig. Ja, dann mal eine Begelegen. Ich sag' ich mal, dass wir jetzt hier sind. Jetzt müssen wir einfach zusammenstellen. Ja. Es geht nicht. Ich glaube, es geht nicht. Ja. Jetzt müssen wir da. Ja. Ja. Ja, da ist wieder alles gut drauf. Jetzt links abbiegen. Ja, da hat man gesehen. Ja, da leuchtet es auch nochmal rein. Ja, da leuchtet es auch nochmal rein. Ja, da leuchtet es auch nochmal rein. Ich denke mal, jetzt haben wir zum Zwischenziel. Nehmt 200 Meter links abbiegen. Auf an der Lorenzkirche. Dann rechts fahren. Was befällt mir hier? Jetzt links abbiegen. Wenn man das jetzt im Fallen vergleift. Das ist auch so ein Fachwerk so ein bisschen. Hier ist es nicht vielfältig. Es liegt eben auf Vielfältigkeit. Auf jeden Fall. Gefällt mir doch in Wöln vielleicht besser. Das ist vielfältig. Hier ist... Warte, ich gehe nicht über den Ort. Akteborg. Ja, da wollen wir hinten hier. Schnellgrenzen. Ist das rechts oder rechts? In 500 Metern links abbiegen. Das muss bei Fahrer aus. Ja, gucken wir hier nochmal. Und... Da haut nochmal rein. In 300 Metern links abbiegen. In 300 Metern links abbiegen. In 300 Metern. In 300 Metern links abbiegen. In 300 Metern. In 300 Metern. In 300 Metern. In 500 Metern. Neue Extremsabbiegen. Neue Extremsabbiegen. In 70 Metern rechts abbiegen. Antifa gibt es hier. Das sind die Antifaschisten. Die sollten wir nach Osten weggehen. Sie haben ihr Zwischenziel erreicht. Aktiv zu werden. Hier ist das Zwischenziel. Jetzt rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Das ist das Zwischenziel hier. Die Ernst-Helmann-Straße. Mosa Lubsenburg gab es den auch noch. Das weiß ich auch noch. Was gab es denn noch? Die Straße des Kosmonau. Hier auch noch. Und rechts ab. Und rechts abbiegen. Jetzt Thielmann-Straße. Weiter fahren. In einem Kilometer links abbiegen. In einem Kilometer links abbiegen. Und die Kabelanschluss oder links abbiegen? Nein. Die Kabel. Das ist nicht so. Es ist so. Und rechts abbiegen. Das ist wirklich... Da machen wir ja nichts. Gleich hier nötig, ne? Da hinten wäre das. Ja, ist gut. Das ist die Rückstelle. In 300m links abwiegen auf B190, Ahrenseherstrasse, Richtung Viehhausen. Das ist falsch. Das passt ja alles. Ah, da ist es. Die Verkehrsseiten waren nicht in Ordnung. Da lag er noch jetzt schon ins Seehau. Jetzt links abwiegen. Altmark ist es hier alles. Ja, da ist es weit. Ich muss gerade in Osten gehen. 6,3 Kilometer der Straße verfolgen. Da ist es. Nein, okay. Das sind wir auch. Oslo. Ja, ja. Beide sagen, sie haben da Kaninchenstelle zu. Aber hier sagen sie was anderes. Ein Häuser. Mehrfach. Ja, ja. Ja, das ist normal. Dann erzählen wir uns auch mal. Ich muss sagen, wir können die Kaninchen stellen. Oh, das ist ja auch nicht hier so. Oh, jetzt haben wir noch nicht. Hier gibt es noch ein bisschen Gewärme. Hier gibt es noch ein bisschen Gewärme. Hier gibt es noch ein bisschen Gewärme. Oh, gefällt mir denn? Oh, das ist ja auch. Hier gibt es noch ein bisschen Gewärme. In der kleinen Häuser von früher noch, als erig regiert werden. Hier zeigt aber, wenn die Planen kommen zu tief. Hier gibt es noch einen Garten. Salzwiedel Hier eine Wiese, wo die Kinder leiten, wo ich mal spielen kann. Boah, sieht alles ordentlich aus. Ah, die beiden, wo ich leider habe. So viel früher. Milchers.